Du bist der Führer. Dann folgt mir! Ich meinte eigentlich Touristenführer, aber... Oh. Ähm, hör mal, das war jetzt aber... Das müssen wir vorher dann absprechen, ne? Dass ich hier nicht so auffliege. Ne? Dass du mich dann hier wieder als was, was ich hinstellst und ich freu mich drüber und dann sagst du nee, eigentlich ein anderer und... Oh, die Welt ist grausam. Wir laufen im Stich zurück hinterher. Oh, hör mal, aber das ist aber ja so... Und das hinterm Touristenführer? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wo ist eigentlich dein roter Regenschirm? So, komm, gehen wir weiter. Hör mal, Alter. Was machst du? Ich helf dich. Hattest du Touristen- oder Terroristenanführer gesagt? Ja, jetzt bist du völlig falsch. Ah, jetzt, ja, da will ich auch falsch sein. Was das angeht. OS. Nee. Eher nicht. O-S-A-N-S-A. So, pass auf. N-S-U. Ab jetzt könnten wir ja mal gucken, ob wir hier irgendwo... Oh, da ist Lava. Scheiße, ich erinnere mich. In sowas bin ich mal reingeflogen. Sehr gefährlich da. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Also, das war ruhig. Ab jetzt mal gucken, falls sich irgendwo die Erde auftut und was Höllenmäßiges ist, ne? Ja. Könnten wir da mal nachsehen? Korn, zieh die Hose hoch. Nein, lass mich doch mal. Ach, Korn, du bist jetzt gerade mal hier... Hey, bei der Höhle. Hör mal, was? Hör? Bei der Höhle, Alter. Ach so. Äh, Korn, du bist jetzt gerade hier im Let's Play Minecraft und schon lässt du dir die Hose runter. Also, ich hab gedacht, dass du dir etwas mehr Zeit lässt wie bei Rust. Aber nein. Du kennst doch meine Probleme mit dem Sauerstoff und dem Gemuch. Ja, ich kenn deine Probleme. Ach, guck mal, da ist ja das andere NPC-Dorf. Ah. Ja, das kenn ich, das Problem. Töten. Alter, lass uns hier in eine Höhle reinkommen. Ah, geil. Hier sind wenigstens nur Dorfbewohner. Und? Jo, und ein Hund. Weil bei uns im Dorf, was ja da direkt bei uns ist, das NPC-Dorf sind ja leider keine Dorfbewohner mehr. Die sind ja irgendwie gestorben. Leider. Wie ärgerlich. Oh, hier, Massenmörder. So, dann gucken wir mal. Ja, irgendwie alle die Schnauze voll. Die Dorfbewohner, die beschweren sich nur noch. Ja, die machen alle. Nää. Pass auf, lass uns das da machen. Und die drei Idioten. Boah. Schön, Lude. Da hinten, ach, da sind noch viel mehr Hunde. Zwei Stück sehe ich da hinten schon. Das ist ne Kuh. Nein. Links ist ne Kuh. Aber davor ist ne Hund. Und die haben gerade ganz viel iu, 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 iu. Knick, knack, knick, knack. Boah. Da ist noch einer. Was haben wir hier? In der Kuh? Oh, hier noch mehr. Alter, hier sind überall Hunde. Hier ist ein Eingang, Jungs. Wo, 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 wo? Kommt mal zurück. Ist das doch einer? Sah erst nicht so aus. Da wird es auch viel dunkel. Oh, erst mal was essen. Ja. Das ist wichtig, ne, weil wenn ihr hier verwundet wirst, ne, wenn die Essensleiste nicht voll ist, dann heilst du auch nicht. Oh. Hat hier einer hingepinkelt? Ja, geht's weiter oder nicht? Scheiße, ich hab jetzt gar nichts dabei zum Bauen. Hast du was, äh? Ich hab nur Holz. Oh, scheiße. Das haben wir jetzt echt vergessen mitzunehmen, ne? Ach, komm hier. Ich baue jetzt Holz dann, scheiße. Also hier ist nichts. Ja, mach mal Fackel wenigstens hin eben. Hier geht's weiter, hier geht's weiter und hier ist Eisen. Korn, kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Nein, Sinn. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, geh da hin. Da ist Eisen. Oh mein Gott. Hier, bau ab. Sehr schön. Weil die Höhlentour ist natürlich jetzt in erster Linie für dich hier, dass du Material bekommst. Hier ist eine Spinne. Welche Ehre. So. Mensch. Ja, und hier hast du auch Kohle, ne? Die Fackel, die kannst du ja eben da gleich umsetzen. So. Von der Kohle runter. Oh, hier ist eine Mine. Ey, geil. Da haben wir doch schon einen geilen Eingang gefunden, Mensch. Ja, das ist doch... Oh, ja sicher. Eine Mine. Geil. Und hier geht's weiter. Super. Genau, Korn. Du baust da schön ab, ne? Ja, mach ich. Mach ich. Und gehst dann hier einfach den Fackeln weiter. Hier ist auch noch Eisen gleich für dich. Ja, hier ist überall Eisen. Hier oben noch weiter. Geil, weil das müssen wir jetzt erstmal Korn lassen. Oh, oh, oh. Oh, lasst mich. Korn muss jetzt erstmal einen lassen, ne? Zur Feier des Tages. Das machen alle, die hier neu anfangen. Die furzen erstmal hier die ganze Hüte voll. Der Pflicht furzt. Genau, der Pflicht furzt. Aber wem erzähle ich das, ne? Ich mein, manieren und Rust ist auch ein Fremdwort. Wow, wow, wow. Manieren? Warum? Warum? Was? Marinieren? Marinieren? Oh, noch mehr Eisen. Ja, ja. Folge einfach den Fackeln hier. Hier ist überall, Norbert. Ich leuchte ja auch aus, um das möglichst einigermaßen sicher zu machen hier auch für dich und für uns natürlich. Hier geht's wieder raus. Oh, ne Fledermaus. Wie süß. Schnucki, schnucki, schnucki. Ja, komm, bis du Bier bist... Ach, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich sag, wie süß die Fledermaus, dann fliegt sie neben meinem Kopf und ich erschrecke mich. Na super. Geile Sache. Wolf Castle. Was? Der Ding? Wolf Castle? Hintet das nicht. Von den Simpsons. Ach, Rhaenier Wolf Castle. Genau, yeah, yeah, yeah. Ja, klar. Das soll ja dann dieser Arnold Schwarzenegger verschnitt sein, ne? Bei den Simpsons. Seid ihr im Kreis gegangen, da hinten? Dass ihr nicht wieder rauskommt? Nein. Einfach weiter rein. Warum seid ihr so still? Äh, Korn, hier bin ich. Hallo. Ja, ich hab dich schon gesehen. Ach, hast du schon. Oh, aber hier, vorsichtig, ne? Hier geht's tief ab, ne? Oh, mein Gott. Hier geht die Mine nach unten. Ja. Nein. Ei, 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 ei. Skelett, 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 Skelett. Und tote Skelett. Es roch auch etwas streng. Hä, lustig. Ob das an dem Skelett lag? Oh, ja, ja. Noch mehr Skelette. Ja, das Lachern. Komm, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Ja, hin. Komm, wir beide. Und, und, und. Nein. Alter. Oh, was ist los? Oh, scheiße, was ist, was ist los? Alter, der Creeper. Das war nicht witzig. Komm, den hauen wir jetzt platt, den Sack. Ich hab's nur knallenhörig. Angriff. Machst du da hinten auch noch? Genau. Hab ich. Alter, das war aber heavy, ne? Der Creeper gerade, ne? Leck mich am Arsch. So, hier, Sackgasse. Sackgasse. Hm, Cone. Oh, Cone, Sackgasse. Hm, Rackledermus. Hm, Cone, Hallöchen. Oh, geh weg mit deiner fleischfahrenden Fackel. Fleischfahrenden Fackel. Do that know, dass du deinen Stift hier überall reinsteckst? Der Fleischstift. So, hier geht's da unten. Ist das safe? Da unten? Äh, nach unten bin ich noch nicht gegangen. Ah, nee, das stieg jetzt. Okay. Ich geh mal runter. Ich muss noch eisen. Ah, gut, dass ihr irgendwie dabei seid, ne? Weil ich hätte mich jetzt schon verlaufen. Also, weißt du, kaum hört er was von Fleischspieß und schon geht er runter. Wie ist da eisen? Hm? Eisen. Eisen, missä, wäisen. Ich hab mich gerade selbst nicht verstanden, aber das ist auch gut. Wo ist es noch nie? Hier, warum? Das war gerade eine Fantasiesprache. Korn, wie ist denn? Ich, na, wollen wir nicht erst diese hier? Die Flare haben wir es ganz nicht. Also, wir haben uns jetzt schon mal aufgeteilt wieder. Das ist schon mal, wir werden alle sterben. Also, ich bin bei Korn. Der Korn weiß noch nicht, dass das ein Fehler ist, wenn er sich an dich hält. Wenn er an dich hält, verlauft ihr euch. Was haust du? Ah. Könnte sein. Äh. Ich hab schon Angst vor dem Kies, der rutscht so blöd. Ach, da ist ja der Korn, genau. Der haut sich da Kohle weg. Wat? Wat? Ist da noch ein Gang, oder wat? Na, hier war Kies gewesen. Ja, Kies brauchen wir auch immer wieder. Obwohl, ich könnte hier auch ein bisschen abbauen. Weil Kies brauchen wir ja für die Wege. Und das wirst auch du garantiert brauchen. Ja. Also, Kies ist immer gut. So. Guck, ich hab sogar noch Eisen versteckt. Ja, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Aber ist auch schon mal echt gut, dass du eine Eisenrüstung anhast. Och, die süße Fledermaus. Wutzi, wutzi, wutzi. Ja, wutzi, wutzi. Wo ist denn der kleine Lümmel? Wo ist denn der kleine rosa Lümmel? Ja, wutzi, wutzi. So, wo ist denn, äh, wo ihr sagtet, dass es abgeht? Das müsste stieg, das ist irgendwo. Irgendwo hier unten. Ja, jetzt seh ich's auch gerade. Aber meine Nase juckt. Herzlich willkommen bei Rust. Da kannst du runter oder auf der anderen Seite hier. Alter, da hab ich aber gerade, das ist echt in letzter Zeit. Sobald wir aufnehmen, juckt man an der Nase. An der Nase eines Mannes erkennt man den... So. Mann, hab ich da viel zu jucken. Wo seid ihr? Ah, scheiße, ich hab ne Fackel weggemacht. Mach ich wieder hin. Ich war's nicht. Ihr seid weg. Ich versuch jetzt mal hier runter, zur Mine zu gehen. Ach gut, da weiß ich. Komm, wo bist du? Ja, ja, ich komm jetzt zu der Mine da. Ich versuch's zumindest. Ah, ich seh dich. Fertig, ne? So, hier ist auch ein bisschen wat. Schön, dass wir auf ne Mine gestoßen sind. Ist doch echt geil. Oh, geil. Ah, bin ich geil. Ah, ah, ah. Oh, geil. Ah. Mine. Oh, johu. Reißgraf ist geil. Everybody geil. Reißgraf ist geil. Achtung, Reißgraf ist geil. Drum Frauen, gebt gut Acht. Der Reißgraf hat euch was mitgebracht. Manchmal ist es weich, doch manchmal hart. Und manchmal trägt er auch einen Bart. Okay. Ja, ich bin da unrasiert. Wieso? Lauft nicht so weit vor. Oh, ich muss die Kohle mitnehmen. Ey, war so oldschool hier. Immer schön ausleuchten, ne? Das war hier die Höhle so ein bisschen safe kriegen. Ja. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Äh, Cone? So Mist. Ach nee, das ist ein Stieglitz. Ne, ich hatte gerade Stieglitz vor mir herlaufen sehen. Ich dachte... Ja, wo geht es denn weiter? Ja, wo geht es denn weiter? Alter, hier ist aber noch ganz schön... Ah, hier sind zu viele Gänge, oh. Das ist... Vielleicht sollten wir echt ein bisschen mehr zusammenbleiben. Aber alle drei zusammen, ne? Ich bin Orson. Porn ist Mitte. Hä? Komm, wir quicken! Warum denn? Ich hab zwei Diamanten gefunden. Ich hab zwei Diamanten gefunden in der Kiste, in der Kiste, in der Kiste. Ich hab zwei Diamanten. Oh, oh. Fuck. Wir sind doch mal ein Lied davon. Fuck die Else. Wo bist du denn? In einem Gang in der Mine. Alles klar. Nein! Klingt jetzt komisch. Ist aber so. Oh, ist kacke jetzt, wo du bist. Ich hänge fest. Ja, warte mal. Ich versuche runterzubauen. Oh nein. Okay. Alter, ich hab zwei Diamanten gefunden. Oh Gott, wir werden sterben. Wie komme ich denn aus dem Spinnennetz raus? Hilfe. Hau mit dem Schwert kaputt. Spinnennetz mit Schwert kaputt hauen. Ja, der ist jetzt aber schon Körnskelett. Na ja, so. Letzt gefunden. Also, Kohn kann es nicht sein. So dünn ist Kohn nicht. Nee. Das weißt du gar nicht. Kann sein. Atmen. Hä? Nimm hier hin. Alter, was ist das denn hier? Wo bist du denn herlaufen? Oh, ich bin ganz weit weg. Ist ja die reinste Cholera hier. Scheiße. Hauptsache, ich sehe zwei Namen. Ist die reinste Cholera, wo ich gerade bin. Ah, jetzt. Dann lassen wir uns zur Weißkraft gehen. Hat irgendwie ein gutes, guten Sinn für die Diamanten. Lass da mal gucken. Ja, das war's aber dann auch. Cool. Ach so. Hier müssen wir auch mal ausleuchten. Hier. Rechts. Ja. Na rechts. Ah, hier bin ich durch. Hier bin ich durch. Alter. Hier, da sei du dann. Nein. Scheiße. Wo kam denn der her, der Penner? Greif mich da so ein Dings an von hinten. So ein Zombie. Guten Abend. Kohle. Ja, hab ich ja gesagt. Da, bau du dann ab, äh, Cone. Oh, mei. Deswegen hab ich hier vorhin gesagt, Cholera. Warte. Moment. Wir müssen erst mal da unten, glaube ich, sicherer machen. Bau du dir mal die Kohle hier ab. Ich mach hier unten etwas sicherer. Jo. Kohle. Kohle. Er hat Kohle gefunden. Gebrauchen mehr. Äh. Gar. Gar. Da hast aber gerade die Kurve gekriegt. Oh, oh. Zwei Creeper. Ja, ja. Ihr Selbstmörder. Da unten ist der Reißkrank. Ihr Taliban. Werde ich jetzt umgebracht? Kommen jetzt welche zu mir hin und spreng dich mit dem Gürtel in der Luft? Weil ich das gesagt habe, könnte ja passieren, ne? Ja. Die sind ja so. Äh. Gürtelträger. Gürtelträger. Ich bin Träger. Gürtelt, ja. Ich bin Träger des, äh, des, äh, Sprengstoffs. Ich habe den roten Gürtel. Der steht für Sprengstoff. Oh, da unten sieht es auch interessant aus. Ui. Sprüng da runter. Nein. Ich baue mich jetzt hier runter. Ja. Oh, da ist ein Zombie. Hier sind die ganze Zeit-Zombies, ey. Oh, da ist eine grüne Spinne. Das sind Zeit-Zombies. Attacke. Genau, ich wollte hier die, äh, Entschuldigung. Einmal die Schienen. Entschuldigung. Guck mal, mitten nach unten? Oder ist hier oben noch irgendwo was? Oh, hallöchen. Wann soll ich nach unten kommen? Kohle, Eisen. Was, hier oben? Nee. Ach, unten. Hier, Bau ab, Steglitz. Oh, er fängt's auf. Das ist einer. Ja, hier ist doch Kohle da. Cholera. Sch comenz nicht auf. Wie Homeاس-Zombies. Till dann? Vielen Dank.